Diese Woche natürlich mit vielen Szenen aus Berlin, das Topspiel zwischen den BH Volleys und dem VfB. Sportlich ein leider nicht ganz so spannendes, dafür war Berlin an dem Wochenende einfach zu gut. Aber Highlight-technisch hat es wieder richtig Spaß gemacht. Wir fangen an mit dem Block von Toni Brehme gegen Nedeljkovic.